guten tag herzlich willkommen zurück zu 7 days to die minias grüßt ich guten tag guten tag der bogen sieht aber auch fett aus hey komm mal ein bau der denn ja nur von innen sieht ziemlich technisch aus du hast mir gerade eine taschenlampe gegeben die baue ich mal als hunting weifel an vielleicht ich habe ich ja munition dafür nichts ich kann sie erschrecken so feuer läuft nix drin ja wir haben nichts ich habe nur licht gemacht damit wir uns überhaupt sehen weil ich habe nach sich gerät für mich geht ja und daher natürlich wir könnten ja noch ein bisschen durch forsten was eventuell lassen ich mache was nach sich gerät ich glaube ohne ist es ziemlich schwarz da sieht der zuschauer minder das muss es jetzt seht ihr das hat mal ein bisschen in mint was ist hier hier gibt es wieder in lobby neben irgendein rezept gefunden für mossy brew ja haben wir schon aber in dem kopf lese ich mal kurz nur doch klein machen ich hab's gelesen ich wusste kann das noch nicht macht ist der seiteneingang okay jetzt den garten die uns hinführt okay ich hab mir die knarre bereit was ist denn das ist natürlich super glauben nichts drin ein papier so dass er inzwischen boden ist noch eine leiter supergut bisschen farbe noch leiter nicht immer ist ja auch sehr oft nichts nur der aufgang der der anderen seite jetzt sind wir ja so eine außen balustrade ist ja geil gemacht das gebäude sind jetzt diese balkone ist da unten also das gebäude ist echt schick aber wenn das absichern willst hast ja auch recht sorgen da hast du was zu tun ja ich fand jetzt cool dass wir mal geguckt haben aber ich glaube ausbauen dann lieber selber bauen jetzt hat man schon immer den mond ja ja glaube den mond mit so einer halbsichtel und so kram ich glaube schon ja ich bin nicht darauf geachtet tag sieben siehst du ja auch hier ist ja bestimmt noch irgendwo verstecktes zeug rein schon wieder ne 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 ich bin auf dem dach um guck mal bitte ah jetzt noch eine leiter ach ne das war die leiter die wir vorhin hatten da liegt noch was ist die leiter wieder runter oder was ich bin die leiter hier runter ja stehre doch so ein zwischendeck und es hat knack gemacht ist es kaputt hat richtig geknirscht aber richtig fies scheiße habe ich habe ich das symbol ist auch mal richtig kacke hier haben wir klebeband klebeband haben wir nicht naja humpelmenjas scheiße warum bin ich von dieser leiter abgerutscht weil ich wahrscheinlich seitlich gekommen bin das ist möglich nichts drin kann man in einem waschbecken vielleicht mal auf alter mal mein knochen drückt sich gerade das fleisch tut gerade kurz im moment hier waren wir schon das haben wir alles schon hier waren wir schon ja den stuhl nehmen wir mit kann ich vielleicht mein bein mitschigen hier die ganzen stühle packe ich ein perfektes brennmaterial ich habe so ein ganz schlechter pirater als mit so einem ganzen stuhl am stumpfen schaut nicht zum runterschnitzen von dem bein aber ich möchte hier ungern jetzt ich nehme ein bisschen leder mit vielleicht für einen bello warte mal wir haben haben wir knochen haben wir auch nicht wir müssen wir die leichten noch zwei knochen habe ich warte dann können wir kleber machen kleber machen dann krieg klebeband und dann wollen wir mal ganz kurz runter in die küche ich muss ja ich guck erst mal du hast zwei knochen ich glaube das langt aber nicht oder ein kleber kann man den kleber in den bonobica machen ich meine ja kochtopf ist glaube ich auch wenn sie hauen aber das sieht ja aus ich habe kaum okay aber noch mehr leichten nacht sich geht dann da sehe ich besser naja hier liegt noch jemand das ist eine mega halle so noch eins runter jetzt oder wie ja hier ist noch eine kiste die haben wir noch nicht warte auf mich mein knochen piekst jamway box fisch stew und blueberry pie um den splinter so unangenehm mein knochen piekst kannst du ihn hören wenn er sich durch mein schienbein bohrt okay aber ich glaube wir brauchen auch bottled murky water ich guck mal gerade hier sind noch cardboard boxen kontaktiert ja wir brauchen ich glaube es nicht wir brauchen bottled murky water ein orga plate sehr geil ich habe das rezept schon super haben wir nicht irgendwo wasser haben die nicht vielleicht hier so ein brunnen oder so was im eingangsbereich ich hab nix gesehen auf dem map hier im gebäude auch nicht war das die schaue läuft so kommt bitte ducktape einmal ducktape 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 kann auch möglichen können überall sein ja oh god was ist los ich hab was gefunden guck mal zu mir moment sprint warte 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 es ist ein bisschen schön bist du nur eins höher ne ne ich bin äh ich glaub unten ich bin auf minus eins äh ich bin auch auf minus eins wo bist du denn da hinten bitte geh durch die halle oder bist du geh durch ich bin sehr langsam gut dass ich zu dir komm nichts das macht nix sondern hier durch haben wir einmal hier runter was aber was noch viel geiler ist hier guck mal oh ein lager oder was ist das ich muss es nicht aus oh geil ich erkenne die kisten nicht mit dem nacht sich gerät schade ich dachte wenn waffen drin wird da so er sah nach munition aus ne ja also im kaffee und so weiter drin gut ich könnte zurückspringen mit dem kaffee so gegenüber noch Stühle mitnehmen genau gegenüber mal schauen da sind cardboard boxen und noch ein paar locker da hat das die alle leer sind ja einmal war was drin was war das potassium blackberry juice habe ich gefunden ok oh hier war aber schon oh nochmal ein räumchen farbe 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 noch mal boxen der hebel der bottle murky water kann man vielleicht in der mod wieder aus der toilette trinken ich möchte eine welt nicht aus der toilette trinken genau ohne ausschlag zu bekommen juka seeds hier hast du auch schon oh da ist jemand aber böse ja ich glaube das war es fast das ist eine zuge tür äh mini erster kommt noch horde äh hier rein ok dann hoch schnell hoch warte ich trinke schnell kaffee ich hab da zumindest viele trippeschritte gehört gerade ja ne man wird nicht schneller durch kaffee fuck warte du 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 komm mal eben um gucken wo die lang laufen ah ich bin so langsam da waren so viele schritte das muss noch horde gewesen sein man humpelt auch dummte dummte ja ja hier auf den holzsälen hast du angehabt so jetzt würde ich ein bein hinterher ziehen hier ist aber auch nichts wassermäßiges in der nähe wo ging es denn hoch frage ich mich gerade da musst du zu irgendeinem ende laufen und dann wenn sie irgendwie zombies kommen dann wird doch schon wieder tag ist gleich wieder tag also ich sehe jetzt nichts wenn es hier weitergezogen so pass auf ich gucke jetzt wir scheiße bottlemarke worte haben wir nicht ne nirgendwo wir haben auch kein klo oder verdammt er kommt dann lass uns zurück ich humpel jetzt zurück ja das bringt ja so nix und da geht schnell meine taschen sind auch voll ist alles gut hallo wir waren auf der anderen seite noch gar nicht hier vor allem was ist denn hier ist hier noch was nö ach ich dachte munitionskiste schade 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 nee zweimal dünger bist du da runter gehopft ne ich bin hier äh durch da hinten in ecke guck mal naja hier runter mache ich nicht mit meinem gebrorenen bein dann kommt sie aus dem hals raus das stumm das schämen wir immer noch schämen oh mein gott ist noch mal kaffee den trinke ich mal direkt krass das fleisch und kaffee drin kriege ich nicht mehr mit wenn du noch mitnehmen kannst steck ein naja komm lass uns den hof nochmal laufen vielleicht gibt es ja irgendwo klebeband in einem der der müllbeutel du links nicht rechts ja schraub iron pulp oh orgo rezept haben willst du es haben aha ja schmaß mal hin ja warte muss ich irgendwas hier scheiß Sandwiches wegschmeißen oh da kann ich schon naja gut dann kannst du scrappen gesorgt öl sechsmal das würde ich auch gerne mitnehmen ja ich hab noch Platz ne ich hab schon green forest club brauchen wir nicht aber was sind diese diese dinger die aus dem metall streben metall streben die raus stehen die kenn ich so gar nicht doch neu wahrscheinlich die halte einen auch das ist ja auch nicht schlecht kann man die craften oh die geben ordentlich gut Zeug äh ich glaube nicht ne geben gut Eisen naja gut aber ich nehme Ressourcensteine auch möglich mit das sollte reichen was hier im Golden Road rumsteht was denn hier was denn das für Pflanzen ja was war denn das war keine Cotton Seed wir können den Theem ernten oder so viel auf einer Stelle kriegst du so schnell nicht mehr ausgebote Hölle ausgebote Hölle da 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 ich hab aber keinen Platz mehr für Tee äh wenn du Hunger und Durst hast oder sowas ne ich hab hier so ein ich ess mal den Tisch ja hab ich wie verrückt Dorscht aber ich hab hier selber zu trinken dabei ich hab hier dann werde ich mich auch mal reinziehen den hebe ich mir mal auf den hebe ich mir für später auf Yucca Seeds Advanced Tool Workbench ziemlich cool so weil ich halt meinen Speinstumpf ja auch so ab von alleine ach ich hab jetzt viel Platz ich nehm mal Golden Road mit boah können wir einiges an Tee machen nur ja das deswegen also schön gemacht okay die roten Blumen nehm ich auch noch mit gut dann ähm rumpel ich schon mal Richtung Heimat ich bin hinter dir 42 Grad wir müssen um den Klamotten machen die äh kühlen kühlen gell hallo Walker was kühlt denn Poncho zum Beispiel kann ich nicht machen vielleicht kann ich ein Poncho machen mit Leder hast du Leder eingesammelt? ja 22 Stück ja kann ich sogar einen kann ich machen komm gehst du kurz rein holst Dings oder gibst mir das Leder gehst kurz rein weil du bist ja eh schneller als ich ich kann nicht schneller als er komm Ducktape schade condition und Grillrost ähm Leder liegt dann mach ich nämlich schnell mal ein und äh du hast noch ein paar Leder couchen ja und wie viel wie viel kühlt er ach kannst du noch nicht sehen ne ähm weiß ich nicht ich glaub der macht der macht ordentlich minus 20 oder sowas wow also ich weiß dass der relativ gut ich weiß ja nicht wie es hier ist ob sie das geändert haben eventuell ne ja hab ich Tabletten zufällig nö hier ist ne oh hier ist ne Verbandskiste hier draußen bitte lass hier ein Splinter sein hier ist ne Medizinkiste vor der Tür cool und achso die ist äh auch noch ich hab das Gefühl dass die Scrap-Ein-Axt ähm besser ist ja brauchst erstmal wieder Mining Tools und so ne nein nur irgendwelche scheiß Vitamin A und so und vielleicht zieh ich mir so Vitamin A mal rein vielleicht Level up 41 Skillpunkte ja leck du mich stock an ne das ist da gut aber wo ich die reinstecke würde ich sagen sehen wir in der nächsten Folge war es schon wieder? es ist schon wieder soweit ach du scheiße ich hab ein Poncho an jetzt kühle ich runter sehr geil meiner ist äh fertig aber ich kann ihn nicht anziehen so es hat der Minus Elf her super ja der kühlt auf jeden Fall ab dann würde ich sagen bis morgen genau was machen wir für ein Hashtag Hashtag mir ist zu heiß ne äh zu heiß in einem Wort zu heiß das ist gut bis morgen dann bis dahin Tschüss good to you good to you